Abschreckung Köpfe Ich brauche Köpfe Stein Stein Dann noch hier Ein paar Stöcker bräuchte ich auch noch Stöcker Leaves Köpfe Natürlich Einfach so speichern oder Warten Ah Ah Komm Einfach schlafen gehen und speichern Ich hoffe es ist jetzt nicht dunkel Ich höre Geräusche Sehe ich natürlich noch umso mehr Da Da hinten sind sie Gehe ich mal hier rein um zu gucken Welcher intelligente Mensch geht denn bitte in eine Höhle voll von Schnell 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 Ja Schnell 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 Die rennen in der Luft rum. Boah, die habe ich gar nicht gesehen. Die rennen in der Luft rum. Die rennen in der Luft rum. Die rennen in der Luft rum. Vorsichtig. Der Kopf. 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 Jetzt gehen wir wieder zurück in die Höhle, weiter erkunden, vielleicht ist da jetzt irgendwas. Was mir die Haut rettet, Feuer, kann es nie machen, das Feuerzeug darf nicht irgendwie einfach ausgehen. Mal gucken, was hier so ist. Jaja, wo ist was zu essen, ich weiß. Was? Schon wieder? Ende? Okay, das ist wohl eine Höhle, die uns nichts führt. Gehen wir mal wieder hier raus, nehmen wir einfach den Vordereingang. Sind die vielleicht nur irgendwelche Köpfe? Ich meine, Beine und Arme brauche ich nicht, ich brauche eigentlich nur zwei Köpfe. War da nicht ein Kopf? Ne. Dann jetzt raus aus dieser Höhle. Ich muss natürlich mein Lager in den Nähe dieser Höhle aufschlagen. Bestimmt, wenn ich mich jetzt umgucke, gibt es gleich wieder die Mega-Panik mit den Viechern. Zwei Köpfe, ey. Ah. Au. Ah. Mann. Aua. Ich hab mich sogar richtig erschrocken. Feuer brauche ich nicht. Komm, komm. Geh kaputt, geh kaputt. Ja, ich weiß, dass ich hungrig bin. Ich weiß auch, dass ich was zu essen brauche. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich genug im Inventar habe. Feuer ernst. dad ! dad 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 Was ist das? Blöde Fotze. Mein Gott. Da hat noch eine Frau, die versucht mich zu schlagen. Da hat noch eine Frau, die sich zu schlagen, die sich zu schlagen, und die sich zu schlagen, die sich zu schlagen.